Sehen wir, wie die filmt? Nein, das kann ich jetzt hier nicht. Aber die filmt jetzt. Ja, die rote Lampe ist an. Wir sind jetzt hier an der Hallenbecketalsperre. Meine Lieblingsrunde. Ich mache heute aber nur eine, um jedem mal zu zeigen, wie das ist, wenn man hier läuft. Gela begleitet mich, aber sie geht nur ganz gemütlich. Irgendwie, weiß ich nicht. Na ja, die zeigt nach unten. Ja, so ein bisschen nach unten. Ich will ja nicht die Luft filmen. Oder das macht die irgendwie so breit. Nee, nee. Wie, ich bleibe da hier, oder? Ja, du gehst da hinten auf die Bank. Ja, guck mal. Du läufst, ne? Ich laufe. Ja, dann, sonst darf ich ja gar nicht. Ja. Ich gehe mal hier schauen. Ja. So, ich warte jetzt nicht lange. Wollen wir mal einen Schnitt von sechs Minuten pro Kilometer machen. Wir sehen uns. Boah, das ist auch ungewohnt, mit dem Helm auf dem Kopf zu laufen. Wir sehen uns. Ich hätte doch besser nicht so viel essen sollen, aber ich hab den Bauch voll. Okay. Die fängende Äste. 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 Die Leute gucken alle ein bisschen merkwürdig, weil ich jetzt Läufer den Helm auf habe mit der Kamera drauf. Ist ja auch nicht alltäglich. Lies gerade im Haus über mich. Läufer und Läufer Ich bin ein Wolf. Ich bin ein Wolf. Ich bin ein Wolf. Heute ist es angenehm. 25 Grad. Leicht bewirkt. Momentan laufe ich im Schatten. Das ist gut. Ich bin zur Zeit ziemlich untrainiert. Man merkt das sofort. Ich habe im letzten Jahr 15 Kilo zugenommen und die letzten vier Wochen fast gar nicht trainiert. Aber das machen wir schon. Ich bin ein Wolf. 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 Danke. Ich bin ein Wolf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 so zwei kilometer haben wir ungefähr noch einen halben kilometer angelika wollte sich irgendwo in die sonne setzen aber seitdem ich laufe ist keine sonne mehr da so Ich kann es nicht aufnehmen, aber ich kann es nicht aufnehmen. Ach, da hinten ist die Angelika. Die Angelika. So, die erste Runde wäre geschafft. Normalerweise laufe ich vier, wenn ich gut bin, laufe ich acht. Aber heute reicht eine. Hat gut geklappt. Dann werden wir gleich sehen, wenn wir uns angucken. Kannst du auf den Knopf drücken, ausmachen? Rot hier oder warum? Rot.